Gute, gib mir die Faust, ja, 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 gib mir die Faust, ja, ja, gib sie mir nicht, okay. Nebo, was ist denn dein Problem? Zaun, was geht ab? Richtig geil Frozen Joghurt gerade gegessen, mit Marshmallows und Oreo und irgendwelchen anderen Knusperleckereien. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der City angekommen, wie man sieht, die größten und schönsten Gebäude. Was zur Hölle ist das denn für ein Auto? Krasse Kiste auf jeden Fall gerade gewesen. Also wenn jemand weiß, was das für ein Auto war, gerne Bescheid sagen. Vielleicht habe ich auch einfach gerade nur einen Knick in der Optik gehabt und es nicht erkannt. Und hier, meine Freunde, hier denieren die schönen und reichen, reichen und schönen, reichen und schön. So rum wahrscheinlich eher. Ich glaube, ach Gott, ich bin so schlecht, ich glaube, wir müssen jetzt links lang. Oder? Wo müssen wir lang, weißt du das? Weißt du, wo wir lang müssen? Wo wir lang müssen? Ah, Awaba, Ahaba, Awaba. Das ist alles, was ich gerade verstanden habe. Nur leider spreche ich diesen Dialekt nicht. Ah, ja, okay. 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 Warte mal, wenn dann machen wir es richtig. Und zwar genau jetzt. Hi. Okay. Wenn da der Fernsehturm ist, dann kann ja theoretisch das Brandenburger Tor nicht allzu weit weg sein, oder? Ich glaube, ich muss mir ein Navi kaufen. Oh Gott, wir sind so schlecht. Also bucht uns lieber nicht als Tourguide in Berlin. Unglaublich unwissend. Unglaublich, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, ne? Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung, oder? Ich habe keine Ahnung, oder? Ich habe auch noch Kumpel, oder? Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Bisschen. Ja. Ja. richtig geiles Wetter, Mann. Darauf haben wir alle gewartet. Kopfschüttelkommando. Hallo! Auf jeden Fall Alexanderplatz schon mal geschafft, sehr gut. Das meine Leute, meine lieben Leute, Freunde der guten Unterhaltung ist der Fernsehturm. Der Fernsehturm. Wirklich kein Plan, Mann. Ich würde sagen, wir fahren noch eine kleine Runde, dann fahren wir zurück, oder? Ja. Da? 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 Ah! Gute! Gib mir die Faust! Ja! 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 Gib mir die Faust! Ja! Gib sie mir nicht! Okay! Nebo! Was ist denn ein Problem? Da? Ja! 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 So, immer mal auf das bade! So Gute! So, un워요. Jawoll, richtig nice boys, läuft bei denen auf jeden Fall richtig gut. Keine Ahnung. Also bei den Jungs läuft es auf jeden Fall mega. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020